Die Festung ist eingenommen. Es ist vorbei. Ihr sagtet mir, die Festung würde niemals fallen, solange eure Leute sie verteidigten. Sie verteidigen sie immer noch. Sie ließen ihr Leben dafür. Sie fressen uns! Hilfe, den Tor! Gibt es keinen anderen Weg für die Frauen und Kinder aus den Höhlen heraus? Gibt es keinen anderen Weg? Es gibt einen Pfad. Er führt ins Gebirge. Doch weit kommen sie nicht. Die Uruk-Kai sind so zahlreich. Alle Frauen und Kinder sollen sich auf den Gebirgspfad begeben und verbarrikadiert den Eingang! So viel Tod. Was kann der Mensch gegen solch tollkühnen Hass ausrichten? Reitet raus mit mir. Reitet raus und kämpft! Für Tod und Glorie. Für Rohan. Für euer Volk. Die Sonne geht auf. Erwartet mein Kommen beim ersten Licht des fünften Tages. Bei Sonnenaufgaben. Schaut nach dem Osten. Ja. Ja. Das Hornhelmhammerhans soll erschallen in der Klamm. Ein allerletztes Mal. Ja. Dies möge die Stunde sein, da wir gemeinsam Schwerter ziehen. Grimme Taten erwachen. Auf zu zocken, auf zu verderben und blutig morden. Das Hornhelmhammerhans soll erschallen in der Klamm. Das Hornhammerhans soll erschrecken. 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 Kaffee! 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 König Theoden steht allein. Nicht ganz. Vorherin! Eonir! Für den König! Für den König! König! Für den König! Für den König! Für den König! Für den König! Untertitelung des ZDF, 2020